Hi, in diesem Video zeige ich dir die 10 Geräusche, die Katzen am meisten lieben. Nun, einige davon werden sie vielleicht ein wenig überraschen, aber, solange sie diese Geräusche im Hinterkopf behalten, wird ihre Katze sie bestimmt noch mehr lieben. Also lasst uns anfangen. Das Geräusch anderer Katzen Es ist keine Überraschung, dass Katzen die Lauterusserungen ihrer katzenartigen Artgenossen fesselnd finden. Schließlich verwenden sie, wie jede Art, eine Vielzahl von Geräuschen, um miteinander zu kommunizieren. Interessanterweise kann das meiste Miauen auf Interaktionen zwischen Katzen und Menschen zurückgeführt werden. Es bedeutet normalerweise, dass ihre Katze versucht, etwas von ihnen zu bekommen, sei es Futter oder Aufmerksamkeit. Außerdem miauen Katzen auch zur Begrüßung, wenn sie eine andere Katze in der Nähe lärmen hören. Katzen sind so verdrahtet, dass sie auf das Zwitschern von Vögeln und das Quietschen winziger Nagetiere reagieren, und besitzen ein angeborenes Jagdbedürfnis, einige mehr als andere. Auch wenn ihr katzenartiger Begleiter nicht im Verfolgungsmodus ist, werden sie sicherlich von diesen Geräuschen angezogen. Sie stimulieren nicht nur ihre Sinne, sondern wecken auch ihren natürlichen Drang als Jäger. Wenn es Zeit zum Spielen ist, gehen sie mit ihrem Kitzchen direkt ins Freie. Natürliche Klänge Wir Menschen finden Trost in den friedlichen Geräuschen der Natur, und unsere Katzen sind nicht anders. Das Geräusch von fallenden Regentropfen, fließendem Wasser oder einer sanften Brise, die durch die Bäume rauscht, kann helfen, ihre Katze zu entspannen und ihr Ruhe zu gönnen. Katzen schätzen auch von Zeit zu Zeit die Stille, da sie ihren Sinnen hilft, sich zurückzusetzen. Nachdem sie draußen waren, oder drinnen herumgespielt haben, natürliche Umgebungsgeräusche haben die gleiche beruhigende Wirkung. Klassische Musik Menschen können beim Hören von Musik eine Vielzahl von Emotionen erleben, von entspannt und ruhig bis hin zu angeregt. Aber was ist mit Katzen? Während es wahrscheinlich ist, dass ihre Katze den Geräuschen, die sie zu Hause machen, nicht viel Aufmerksamkeit schenkt. Untersuchungen deuten darauf hin, dass klassische Musik für sie beruhigend ist, obwohl lauter Rock zu überwältigend sein könnte. Schließlich schätzen Katzen beruhigende Töne. In Zwingern, Tierheimen oder Tierkliniken, in denen mehrere Katzen in einer Umgebung leben, das Abspielen klassischer Musik im Hintergrund kann dazu beitragen, eine ruhige Atmosphäre zu schaffen, die sowohl dem Personal, als auch den Tieren zugute kommt. Warum also nicht das nächste Mal etwas Mozart probieren, wenn sich ihr pilziger Kumpel entspannen soll? Obwohl die wissenschaftlichen Beweise begrenzt sind, gibt es Hinweise darauf, dass Katzen durch artgerechte Musik, die in der richtigen Tonhöhe und Frequenz gespielt wird, beruhigt werden können. Klassische Musik scheint dieses Kriterium gut zu erfüllen und wird wegen ihrer beruhigenden Wirkung häufig in Tierheimen und Tierkliniken verwendet, obwohl es schwierig ist, allein durch anekdotische Berichte zu beweisen, ob die gewünschte Wirkung erzielt wurde. Hohe Tonlagen Katzen sind unglaublich geräuschempfindlich, ihr Hörbereich reicht bis zu 64 Kilohertz. Aus diesem Grund reagieren Katzen typischerweise positiver auf hörfrequente Geräusche wie Frauenstimmen als auf tiefere. Niedrigere Töne werden von Katzen tendenziell als potenziell gefährlich empfunden, denn Beutetiere machen in Not meist schrille Geräusche, Wachsamkeit lohnt sich also für Katzen. Lange Vokale Katzenartige Gefährten scheinen besser auf langatmige Vokalisationen zu reagieren, besonders wenn wir sie beschwören. Es ist unklar, warum dieses Phänomen beobachtet wird. Rascheln oder Rasseln Rascheln und Rasseln können den Beginn eines aufregenden Erlebnisses für ihre Katze anzeigen, entweder Spielzeit oder Essenszeit. Instinktiv erkennen Katzen diese Geräusche als mögliches Zeichen dafür, dass ihre nächste Beute in der Nähe ist. Es regt sie nicht nur zu weiteren Nachforschungen an, sondern regt sie auch dazu an, sich bewegende Objekte zu jagen, die sie lieben. Viele Spielzeuge sind speziell dafür entworfen, und unsere Katzenfreunde toben sich aus, wenn sie diese unverwechselbaren Geräusche von ihrem Lieblingsspielzeug hören. Katzenspielzeug Katzenspielzeug wird speziell für die Freude und Stimulation ihrer Katze hergestellt. Mit Geräuschen, die ihre Beute fangen, oder ihre Sinne wecken, quietschen, rascheln, rasseln und klimpern. Sie haben dies wahrscheinlich als Lieblingsspielzeug ihrer Katze gesehen. Machen sie die Spielzeit spannender als je zuvor. Von Hauskatzen bis hin zu jagdbereiten Katzen, Katzenspielzeug bringt sie im Handumdrehen zum Leuchten. Beruhigende Klänge Obwohl es nicht gründlich erforscht wurde, glauben wir, dass Katzen eine ruhige Atmosphäre und völlige Stille beim Einschlafen bevorzugen. Dadurch können sie ihre Sinne und Jagdfähigkeiten vorübergehend abschalten, damit sie sich richtig ausruhen können. Auch Geräusche aus der Natur wie Sparmusik, Regen oder fließendes Wasser haben das Potenzial, ihre Katze zu beruhigen, genauso wie sie uns Menschen entspannen. Katzenspezifische Musik Forscher haben herausgefunden, dass Katzen keine Art von Musikgenre bevorzugen, sondern Melodien verlangen, die auf ihre Art zugeschnitten sind. Dies bedeutet, dass die Geräusche in den Hörbereich einer Katze fallen müssen, damit sie sie genießen können. Musik mit katzenähnlichen Frequenzen und Kadenzen ist auf dem Vormarsch, damit ihr pilziger Freund seine Melodien zu schätzen weiß. Unsere Fellbabys sind so einzigartige, mysteriöse Kreaturen. Von dem Moment an, in dem sie miauen, bis zu dem Moment, in dem sie sich in unsere Arme kuscheln. Katzen bringen Freude und Glück in unser Leben. Wir als Tierbesitzer müssen uns der Dinge bewusst sein, die sie glücklich und zufrieden machen. In diesem Video haben wir aus einer Liste von 10 beliebten Geräuschen herausgefunden, welche Geräusche Katzen am meisten lieben. Vom Schnurren eines motorisierten Spielzeugs, das sich um sie herum bewegt, bis hin zu Musik, die speziell für Kätzchen entwickelt wurde, können diese Top 10 sonst dazu beitragen, ihrer Katze die ultimative Befriedigung zu verschaffen. Vergessen Sie nicht, dass Katzen auch ihre Vorlieben und Geschmäcker haben, vielleicht finden sie heraus, was funktioniert, indem sie mit verschiedenen Geräuschen experimentieren. Wer weiß, vielleicht wartet auf ihr Fellbaby ein unbekannter Liebling um die Ecke. Indem Sie proaktiv sind, und Ihrem Katzenfreund geben, was er braucht, können Sie ein langes und gesundes gemeinsames Leben sicherstellen. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, oder Sie ihn hilfreich fanden, vergessen Sie nicht, ihn zu mögen, und abonnieren Sie den Kanal Katzenwelt. Drücken Sie die Glocke für die Benachrichtigung, damit Sie keine neuen Inhalte von uns verpassen, und hinterlassen Sie unten einen Kommentar, um mitzuteilen, was Ihrer Katze am besten gefällt.